Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan und heute geht es um smarte Briefkästen. Und hey Moment, für die, die das Thema vielleicht schon kennen und sagen, das ist ein alter Hut, weil hier habe ich das Video schon mal aufgegriffen. Dem sei gesagt, diesmal das Ganze in den Home Assistant Automation und es geht natürlich darum auch Türsensoren einzubauen und auch Anomalieerkennung zu machen. Also seid gespannt, was euch erwartet. Ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Kommen wir vielleicht erstmal zur Hardwareseite. Wie man hier sieht, nutze ich ein Nuki-Schloss mit Türsensor oder ihr nutzt einen anderen Türsensor. Und dann hier die Besonderheit, ich habe einen weiteren Acara Türsensor hier an meiner Klappe festgemacht. Das hat folgenden Vorteil, dass ich eben gerade bei so einem metallischen Gehäuse ein sehr gutes Funksignal habe. Und obwohl der Sensor jetzt seit mittlerweile drei Jahren dort hängt und ich erst einmal die Batterie tauschen musste, es wirklich wunderbar funktioniert. Sehr, sehr zuverlässig. Bevor es weitergeht, ist jetzt vielleicht der perfekte Moment, dass ihr unten ein Abo dalasst und ein Like. Ja, wie sieht die Automation jetzt dazu aus? Unten rechts einmal auf Atomisierung erstellen. Wir fangen natürlich mit einer neuen an. Auslöser wäre natürlich die Entität vom Zustand. Und hier mein Briefkastensensor, den ich eingebunden habe, der jetzt sich öffnet. Und anschließend geht ihr auf Dann mache Aktion hinzufügen über den Benachrichtigungsdienst, zum Beispiel WhatsApp oder über das iPhone oder Alexa. Ich schicke mir das Ganze jetzt mal hier über die Home Assistant Companion App auf mein iPhone. Und mit einem Speichern wären wir jetzt eigentlich schon fertig. Ja, Moment, Moment, das ist ja jetzt erstmal nur, das kann ja jeder. Aber jetzt kommen die Besonderheiten. Weil, fangen wir mal mit dem einen Thema an. Dieser Briefkastenschlitz öffnet sich eben auch dadurch, wenn man vielleicht mal reinlinzt und zu kauen, habe ich vielleicht was verpasst. Das heißt, ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass wir auch die Haustür im Blick haben wollen. Und normalerweise, wenn ich an den Briefkasten gehe, ist die Haustür offen. Das heißt, die Bedingung, die ich hier einfüge, ist, dass die Haustür zu sein muss. Wenn ihr nicht wisst, welcher Zustand ihr da eintragen müsst, helfen euch auch die Entwicklungserzeuge. Dort findet ihr nämlich immer den richtigen Zustand. Nicht das, was im User Interface angezeigt wird, sondern wirklich das, was im Hintergrund abgefragt wird. Bereits unter Node-Red war ich ein Freund davon, die Sachen ordentlich zu benennen. Was ich jetzt auch nochmal mache. Aber auch mit dieser Automation bin ich nicht ganz zufrieden, weil was bringt es mir, wenn ich die Nachricht auf meinem Handy bekomme, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich kann ja die Briefkasten sowieso nicht rausnehmen. Und wenn ich dann Stunden später nach Hause bin, habe ich die Benachrichtigung auf meinem Handy schon lange vergessen. Lieber mache ich folgendes. Dazu füge ich eine Aktion hinzu und suche nach Warte auf einen Auslöser. Und zwar warte ich so lange, bis die Entität vom Zustand, nämlich meine Person, bis dann zu Hause bin. Dann ziehe ich mir das oben. Das heißt, er wartet jetzt so lange, bis ich nach Hause komme. Und wenn ich nach Hause komme, dann schickt er mir eine Nachricht aufs Handy. Ob ihr jetzt hier mit einem Timeout arbeiten möchtet und sagt, okay, ich möchte, dass er mir nach sechs Stunden spätestens auch eine Nachricht schickt, auch wenn ich nicht nach Hause komme, überlasse ich euch. Bei meinen Tests für diese Automation habe ich herausgefunden, dass dieses Wartet auf Auslöser leider einen entscheidenden Nachteil hat. Und zwar ist es so, dass ihr nicht zu Hause sein müsst, damit diese Automation durchgeführt wird. Ihr nämlich diesen Statusänderung von nicht zu Hause zu zu Hause eben wirklich mitbekommt. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid und die Briefe eingeschmissen werden, dann funktioniert die Automation nicht. Besser ist deswegen folgendes zu machen. Wir löschen nochmal diesen Auslöser und fügen eine Aktion dazu, auch hier wieder Warte. Und diesmal nutzen wir ein Warte auf Template und tragen hier ein, wenn der Status der Person rum ist. Und hier ist es so, dass wenn ihr schon zu Hause seid, dieses Warte-Template sofort ausgelöst wird oder eben wartet, bis ihr tatsächlich nach Hause kommt. Richtig, natürlich vor die eigentliche Nachricht schicken. So und was hat das Ganze jetzt nun mit der Anomalieerkennung zu tun? Wir haben öfter mal Briefträger, die ein, zwei Briefe reinschmeißen, dabei ein paar Sekunden brauchen, bis sie den zweiten Brief einschmeißen. Und dann würde diese Automation zweimal getriggert werden und ich schicke zweimal die Nachrichtung hintereinander. Achtung, Briefkasten ist da. Dazu mache ich mir jetzt eine Eigenheit der Home Assistant Automation zuständig. Und dazu muss ich mich mit den Automation Modes ein bisschen beschäftigen. Die Automation Modes laufen nämlich in verschiedenen Modes ab. Und was wir hier suchen ist der Single Modus, der auch tatsächlich standardmäßig eingestellt ist. Das heißt, wenn ich jetzt während der Laufzeit meiner ersten Automation nochmal getriggert werde, also nochmal die Bedingungen erfüllt sind, damit die Automation durchgeführt wird, dann passiert das nicht, sondern er geht Morning aus. Und wie kann ich es erreichen, dass dieser Single Mode halt so lange arbeitet und eben für eine gestimmte Zeit keine zweite Automation durchführt? Naja, ganz einfach. Ich hänge jetzt einfach als letztes hier ein Warten auf den Ablauf einer Zeit ein und sage, okay, wenn innerhalb von 30 Sekunden noch weitere Automationen eintreffen, ja, dann hängt er halt noch in dieser Automation, weil die hier eben in so einem Standby-Modus ist und die Automation wird nicht ein weiteres Mal getriggert. Super, simpel, aber total effektiv. Kurz und knackig, das soll es heute gewesen sein. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Wie nutzt ihr die Briefkasten bei euch? Wie triggert ihr das Ganze? Und ansonsten sage ich bis bald, euer Tristan.